Ich habe die große Freude, etwas Neues vorzustellen. Ich werde zum ersten Mal eine Zoom-School machen. Eine Zoom-Schulung machen für Daughters of Destiny oder Frauen mit einer Bestimmung. Und das wird sechsmal am Mittwochabend, 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr, 25.00 Uhr bis 1. März. Sechs Mittwochen. Eine Zoom-Schulung für Frauen aller Generationen. Ich begrüße junge Frauen, dass ich wirklich persönlich, ich werde lernen über die Design, die Bestimmung der Frauen, wie Gott. Wir offenbaren einiges von der Herrlichkeit Gottes. Der Mann hat einige Eigenschaften, aber Frauen sind geschaffen mit unglaublichen Gaben, Identität, Eigenschaften, Natur, das offenbart Gott. Und wenn wir herausfinden, die Gewaltige, wie wir gemacht sind, das hat unglaubliche Kraft für uns. So, ich möchte euch einladen. Alle Generationen, 55 plus, Muttern von Kindern, junge Leute, sogar Teenagers. Ich würde sagen, ab 18 Jahre alt ist gut. Und ich möchte euch begrüßen zu dieser Schule. Daughters of Destiny. Und wir werden sehen, es sagt in der Bibel, der Herr gibt den Befehl. Sie gibt es boten in eine große Schar. Gott erhebt Frauen, gesunde Frauen, Frauen, die wirklich leben, gemäß seinen Gedanken, mit seiner Kraft, die wirklich ihre Heilung erleben haben, in ihrem Leben Bitterkeit gegen Männer und alle diese Sachen ausgearbeitet hat. Weil wir sind geschaffen, Seite an Seite mit den Männern, auch Gott zu offenbaren. Aber jeder von uns hat auch unsere eigene Berufung. So, eine große Armee von Frauen steht auf, die einen Unterschied machen werden. Das ist wirklich ein Ruf für solche Frauen. Ich möchte auch in dieser Schule, dass wir miteinander stehen, dass wir eine Stunde eine Botschaft geben und dann werden wir die zweite Stunde miteinander sprechen. Ich möchte auch mit euch sprechen, fragen. Wir werden wirklich wachsen. Jeder von euch muss auch eine Frau in der Bibel wählen und ein Studium und hineinbeten und wirklich offenbaren über diese Frau. Besonders jemand, der dir wirklich anspricht. Und wir werden sehen vielleicht auch ein Buch über Frauen, damit ihr wirklich wächst in diesen Sachen. Und dann werden wir sehen, Frauen, alle Generationen stehen zusammen, wir stärken einander und wir empfangen den Segen des Vaters und das Erbe seiner Tochter. Und in diesen Trainingsabenden, wir werden sehen, der Wert einer Frau, deine Wurde, das ist so wichtig. Wir werden beten, dass wir unser ganzes Potenzial und Identität von unserem Vater, wie er uns gemacht hat, war mit einigen Eigenschaften von ihm, die wir freisetzen. Und hier möchte ich nur sagen, Frauen sind notwendig, um eine Familie, eine Gemeinde, eine Gesellschaft Vollständigkeit zu verschaffen. Es ist nicht nur eine Männerwelt und nicht nur eine Frauenwelt, das ist eine Welt mit der voller Herrlichkeit Gottes und das ist wirklich reife Frauen und reife Männer können so einen Unterschied machen. Dann wollen wir sehen, die Kraft, die Gott uns gegeben hat, Leben hervorzubringen. Eva war der Mutter aller Lebendiger. Eva wurde auch bestimmt, dass durch Irrsame, sie wird Überwinder, Sieger hervorbringen, die den Kopf der Schlange zertreten. Wir als Frauen sind wirklich Menschen wie Deborah, die eine Mutter in Israel war, Richterin, Kriegerin und Prophetin und mitgegangen ist, zu inspirieren und die Worte Gottes für die ganzen Truppen in der Armee. Moses Mutter war eine, hat ihr Kind und die ganze Generation, die Befreier und Beschützer hervorgebracht für die nächste Generation. Sarah ist eine Mutter von Königin. Und wir als Mütter sind berufen, unsere Kinder, aber auch geistliche Kinder in die Reife, Überwinder hervorzubringen. Wir bringen Leben hervor, wir können Menschen ernähren, physisch, geistlich, Überwinder hervorbringen, Menschen lehren. Esther, die rettete ihr ganzes Volk, eine weise Kind, die an königlichen Fürbitte war, eine unglaubliche Position zur Autorität hatte. Wir werden auch Sprüche 31, Frauen mit Mut und großer Tapferkeit. Jeder von dieser Gaben ist nicht nur in einer Frau, aber die sind Elemente, die Gott die Frauen gegeben hat. Eine unglaubliche Dimension. Frauen setzen die Atmosphäre in den Häusern frei. Wie die Schickaie in der Herrlichkeit erfüllt das Tempel. Frauen tragen auch Herrlichkeit und großer Einfluss. Atmosphäre verändern. Ja, es ist ganz viel, was ich sagen kann. Und das werden wir alle erleben. Du kannst anmelden bei, die Links wären jetzt gerade da, wo du anmelden kannst. Nimm diese Abende. Die sechs Kurse zusammen kosten 70 Euro. Begrüße euch. Und wir werden eine super Zeit. Ich freue mich, dass ich wirklich, was Gott mir so viele Jahre über Frauen ermutigt hat, dass ich das freisitze in einer ganzen Generation. Vielen Dank. Zpassen, Spaß bouncy. Untertitelung des ZDF, 2020